Ich möchte heute ein bisschen sprechen über die Art Edition und über die Intention einen besonderen Look für die Wand zu gestalten. Ich liebe das Bild Punica Granatum so, das ist der lateinische Name für Granatäpfel. Nicht umsonst war das die Frucht von Adam und Eva. Ich liebe diese wirklich massive Frucht, die so schön in der komplexen Optik daherkommt, dass man sie wunderbar für die Wand nutzen kann. Ein sehr massives Bild in sehr schönen Farben, die sich wunderbar mit Holz kombinieren lassen. Ich liebe eben auch die Rottöne. Ich liebe diesen Moment, dass diese Wand Unruhe bekommt und trotzdem sind sie sehr organisiert. Die Farben sind sehr harmonisch und ich glaube alle, die Lust haben auf etwas Dramatik, die können mit Punica Granatum sehr, sehr schön ihren Raum stylen und ich wünsche euch viel Mut und viel Spaß mit dieser wunderschönen Tapete.